Ich wünsche euch einen schönen guten Abend hier zu Trading an Sonntag, an diesem 27. Oktober und somit auch wieder zum letzten Webinar in diesem Monat. Also es ist auch wieder jetzt ein neuer Monat, der kommt und natürlich auch gleich Anfang November nächste Woche starten wir dann auch mit der US-Wahl. Also es wird jetzt auch wieder weiterhin sehr spannend. Und schauen wir uns das an. Sofort die Risikohinweise, die wir uns jetzt erstmal anschauen, die hier deutlich zu lesen eingeblendet sind und natürlich auch die Offenlegung. Und jetzt gehen wir in den Kalender rein, der auch ein wenig natürlich wie verständlicherweise der Wechselkalender ist von Oktober in November. Und wir haben auch die NFB drin. Wichtig auch in dem Zusammenhang, wir wissen es ja, heute ist Zeitumstellung gewesen und das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt aktuell noch ein bisschen andere Zeitumstellung zur USA haben. Da ist jetzt um eine Stunde alles verkürzt. Wichtig auch, wenn man bei Kalendern ist, bei Wirtschaftskalendern, so wie diesen bei Trading Economics unbedingt darauf achten, dass hier UTC plus 1 jetzt steht. Standardmäßig steht hier, also zumindest bei mir vorhin immer noch UTC plus 2. Dann würden die Uhrzeiten nämlich nicht stimmen, aber so ist es auf jeden Fall jetzt richtig von den Uhrzeiten. Und jetzt gehen wir gleich mal los. Morgen der Montag, der 28. Erstmal nicht viel. Brauchen wir gar nicht darüber reden. Gehen wir gleich in den Dienstag. Dienstag, der 29. Da könnte es vielleicht ein bisschen interessant werden. Wir haben einige Daten aus Großbritannien um 10.30 Uhr Vormittag. Aus der Eurozone jetzt nicht viel. Am Nachmittag aus den USA auch nichts Gravierendes. Also eigentlich auch fast wie der Montag. Eigentlich sieht der aus wie ein normaler Montag, nichts Großes. Also da würde ich jetzt erstmal sagen, da startet die Woche erstmal ganz entspannt. Aber trotzdem, man darf nicht vergessen, es geht halt auch der Monat zu Ende. Also natürlich wird da auch vielleicht ein bisschen bewegen deswegen sein. Aber ansonsten wird es dann am Mittwoch etwas interessanter. 30.10. in diesem Fall. In der Nacht die Inflationszahlen, Verbraucherpreise und Inflationsrate aus Australien. Da kann es durchaus sein, dass sich da ein bisschen was bewegt. Wir haben dann eine ganze Reihe von Bruttoinlandsproduktdaten diese Woche aus Europa, aus Frankreich, aus Spanien, aus Deutschland, aus Italien, aus der Eurozone im Gesamten. Und am selben Tag gleich noch aus den USA. Also das wird vor allem am Mittwoch sehr interessant werden. Einiges ist hier drin. Die europäischen Daten um 10, um 11. Die US-Daten nicht um 14.30 Uhr, dann eben um 13.30 Uhr wegen der Verkürzung. Wir haben dann auch schon diese ADP-Zahlen natürlich. Wir haben dann auch die Verbraucherpreise aus Deutschland. Wir haben die schwebenden Hausverkäufe um 15 Uhr, nicht um 16 Uhr. Also wir sehen, das ist eigentlich ein sehr voller Tag am Mittwoch. Und das ist auch schon so ein bisschen in Richtung Ende des Monats. Dann allerdings gibt es noch was, und zwar den Donnerstag. Und am Donnerstag, den 31.10., da haben wir dann nochmal den Zinsentscheid aus Japan von der Bank of Japan. Es wird hier erstmal keine Änderung erwartet, aber trotzdem gerade der Yen natürlich jetzt aktuell wieder ein bisschen interessant. Sehr spannend auch, wie es da gerade abläuft. Schauen wir uns dann gleich auch bei den Charts wieder an. Also das nochmal vorab gesagt. In der Nacht gibt es den Zinsentscheid, vormittags dann die Pressekonferenz. Und dann nochmal um 11 Uhr die Verbraucherpreise und die Inflationszahlen aus der Eurozone, sowie auch die Arbeitslosenquote am 31.10., also auch aus der Eurozone, einiges Interessantes. Weil natürlich gerade der Arbeitsmarkt und auch die Inflationszahlen, insbesondere die Inflationszahlen, die sind natürlich wichtig auch für künftige geldpolitische Entscheidungen von der EZB. Also das heißt, hier wird natürlich auch vielleicht schon ein bisschen was dann auch an Bewegen und Einpreisen stattfinden. Dann haben wir noch ein paar andere Dinge, aber letzten Endes, was dann interessanter sein wird, wird auch das Bruttoinlandsprodukt aus Kanada sein. Wir haben dann ein paar Daten aus den USA, die aber jetzt erstmal nicht so ganz im Fokus stehen werden, weil natürlich die NFB am nächsten Tag kommt. Das ist dann der Freitag und der Freitag, der ist dann der 1. November. Da jetzt nochmal berücksichtigt, wir haben dann in der Woche darauf die US-Wahl. Das wird dann natürlich wieder eine ganz andere Hausnummer werden, was das betrifft. Darauf gehen wir jetzt aber noch nicht so viel ein. Wir werden das dann am nächsten Sonntag, bei Trading am Sonntag, besonders thematisieren. Wenn wir uns auf jeden Fall nochmal so anschauen, was ist tatsächlich der letzte Stand, ist auch von Umfragen und von Möglichkeiten. Wir werden schauen, wie die Märkte reagieren können. Und wir werden natürlich auch ein klein wenig oder müssen auch ein klein wenig berücksichtigen dann nächste Woche beim Kalender, dass da ja dann vielleicht vieles drin steht, aber halt trotzdem auch diese US-Wahl in der Mitte drin ist. Also das heißt auch, das wird dann auf jeden Fall Thema nächste Woche werden. Diese Woche noch gar nicht so, aber halt auch berücksichtigen, dass natürlich, wenn dann doch am Freitag, dem 1.11., wir natürlich wieder, wie sehr oft an NFB-Freitagen, erstmal eine, ja vielleicht ganze Erzeugerpreise, ein bisschen was aus Australien, nichts wirkliches aus Europa und dann halt diese großen Daten aus den USA haben. Natürlich, da wird sich ein bisschen was bewegen. Es kann schon sein, dass da natürlich jetzt irgendwas passiert und dann, wenn man vielleicht überlegt, ja da kann vielleicht die Notenbank dann aufgrund der Daten wieder irgendwas machen beim nächsten Mal. Und da können schon Bewegungen ausgelöst werden, aber im Endeffekt wird man sich dann trotzdem hüten davor, da irgendwie große Investitionen vorzunehmen, weil sich viele Investoren auch vielleicht einfach denken werden, naja warten wir mal die US-Wahlen ab und die sind ja dann schon in ein paar Tagen. Also das heißt da auch vielleicht ein bisschen aufpassen, vielleicht wird der Markt gar nicht so die Richtung finden. Aber trotzdem, von den Daten selbst gesagt, Arbeitslosenquote, die Wartung ist 4,2, das ist wieder leicht ansteppt. Im letzten Mal war es 4,1, Überraschungen natürlich immer möglich. Bei den Erwartungen der neu geschaffenen Stellen außerhalb von der, also außerhalb Agrar, da haben wir 180.000, was eine normale gute Zahl ist. Es ist nicht, oder bei weitem unterhalb der 254.000 vom letzten Mal. Also ich würde sagen, es sind sehr vorsichtige Erwartungen. Eine leichte Verschlechterung hier, aber auch keine dramatisch schlechte Zahl. Hier so eine mittelmäßig gute Zahl. Also ich finde, da sind die Erwartungen schon sehr vorsichtig. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn es dann gut wird, dann wird es trotzdem wahrscheinlich eine Erleichterung sein. Und wenn das nicht erreicht wird, dann ist es fast eine Enttäuschung. Also da ist einiges an Potenzial drin, aber natürlich, wie schon gesagt, dann kommt nächste Woche, nach dem Wochenende dann auch direkt die US-Wahl. Also da sollte man das natürlich auch ein bisschen berücksichtigen. Ja, aber trotz alledem, jetzt will ich euch auch gerne noch ein paar Charts zeigen. Ich habe da ein paar vorbereitet. Ich bin momentan so ein bisschen beim Trading. Deswegen, ich will nicht sagen zurückhaltend, aber sehr wählerisch. Und das hat sich jetzt in der letzten Zeit auch ganz gut rausgestellt. Ich habe so von meinem täglichen Trade, so bin ich so eher auf zwei, maximal drei Trades pro Woche übergegangen. Das läuft jetzt die letzten Monate auch recht stabil, weil ich lieber halt in Trades auch drinbleibe und sie auskoste. Wenn sie schief laufen, dann laufen sie in der Regel sehr schnell schief. Und wenn sie gut laufen, dann bleiben sie vielleicht ein paar Wochen und dann spare ich mir auch weitere Einstiege. Und es sind halt ein paar Knotenpunkte, auf die ich gerade schaue. Und jetzt habe ich als allererstes hier gerade British und USD offen. Weil da ist ein Punkt nämlich, der mich jetzt interessiert, das haben wir letzte Woche schon hier an diesem Sonntagswebinar hingewiesen drauf. Es ist tatsächlich so, dass wir diese Trendlinie haben. Und die war aus Sicht von letzter Woche noch eine eventuelle Möglichkeit. Ich zeige es nochmal kurz hier vielleicht im Wochenchart. Wir hatten hier dieses Zwischenhoch noch gehabt im Jahr 2023. Genau gesagt im Sommer, im Juli. Dann ging es nach unten. Und der höchste Punkt, den wir hier hatten, der wurde jetzt durchbrochen im August und ein gutes Jahr später. Er wurde eigentlich sehr schön getestet. Er machte neue Hochs. Er kam wieder zurück und ist jetzt erstmal wieder zurück nach unten. Also eigentlich war das jetzt alles hier ein Fehlausbruch. Gleichzeitig hat sie von hier unten ausgehend vom April dieses Jahres, jetzt gehe ich in den Tageschart zurück, so eine kleine Trendlinie gebildet, die allerdings erst zwei Berührungspunkte hatte. Zeitgleich haben wir hier oben so eine Art von SKS-Formation. Und dann habe ich mir diesen Knoten hier eingezeichnet. Und das hätte natürlich sein können, dass der einfach nur unten bricht und weg ist. Und das wäre ja schön gewesen. Aber das Problem ist halt, dann wären halt nur zwei Berührungspunkte gewesen, wenn einer gleich durchgeht. Aber jetzt durch diese Situation, die hier am Mittwoch und am Donnerstag geschaffen worden ist, ist dieses Setup um einiges interessanter geworden. Was ich meine ist, eine Kerze, die wirklich auf den Support drauf geht, bisschen runter, aber im Prinzip drauf geht. Und der Folgetag, die Folgekerze, gleich wieder grün in die andere Richtung, also nach oben. Und das ist für mich zumindest, also er hat jetzt kein neues Hoch oder sowas gemacht, aber trotzdem, das ist eine eindeutige Reaktion. Und das zeigt einfach jetzt, oder man kann jetzt auf jeden Fall mit gutem Gewissen sagen, eigentlich sind es jetzt schon drei Berührungspunkte. Eins, zwei, drei. Einer ist einer. Zwei kann man immer machen. Ein dritter ist kein Zufall mehr. Und jetzt können wir natürlich, oder würde natürlich jetzt dieser Buch noch einiges interessanter werden. Bevor ich hier weitermache, schauen wir mal rüber zum Euro-USD. Denn dort ist es ja auch so, dass wir, was bereits jetzt seit einigen Wochen sehen, dass wir hier, zeigen wir es ruhig nochmal an dieser Stelle hier, diese lange Seitwärtsphase haben, bis 2022 zurück. Wir haben manchmal die Unterkante angegriffen, haben letzten Zeit die Unterkante nicht mehr so angegriffen, so eher eine neue Unterkante geschaffen, so im Bereich von ungefähr 1,07. Haben allerdings jetzt versucht, vor einigen Monaten wieder oben rauszubrechen. Es gelang aber nicht. Und als wir dann wieder hier rein sind, hat sich eigentlich ein schöner Short ergeben. Sehr schön, dieser Fehlausbruch. Und wir hatten da ja oft davon gesprochen, einige Short-Möglichkeiten. Auch wenn es jetzt hier vor allem letzte Woche wieder ein bisschen zurückging, was aber doch nach dieser Bewegung am Freitag eher nach einer Gegenbewegung, also so einer kurzen Erholung aussieht. Und weiter geht's. Wir sehen auch hier, wir sind zwar jetzt über 34 gekommen, wo ich meinen Stopp nachgezogen habe. Aber trotzdem, es geht weiter. Also es sieht weiterhin Euro-USD belastet aus. Und somit natürlich eigentlich ein gutes Zeichen für einen starken Dollar. Die Wochenkerze im Euro-USD ist rot geblieben, unabhängig von dem, was hier vor allem am Donnerstag passiert ist. Gerade weil der Freitag so verlaufen ist, wie er verlaufen ist, sieht es doch eher danach aus, dass wir hier weiterhin schwach sind. Also Dollar-Stärke in diesem Fall. Nächster Support selbstverständlicherweise der Bereich bei 1,07. Vom Wiedereinstieg jetzt in diesen Trade wird es schwierig. Also wir hatten ja diesen Bruch nach unten, den Short haben wir besprochen. Und wir hatten vor einiger Zeit ja auch dann besprochen, als diese Erholungsphase hier war, wenn es hier drunter bricht, könnten wir wieder shorten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und wenn wir das jetzt nochmal reproduzieren wollen, jetzt schauen wir uns diese Erholungs-, diese letzte Erholungsbewegung an. Und du mal diesen doch so ein bisschen, also diese Linie hier so ein bisschen mal ausschließen. Weil das ist doch ein bisschen zu extrem gewesen. Aber wenn ich mal so versuche, irgendwie so einen gemeinsamen Nenner zu finden, ich würde ja fast sagen, so sieht das aus. Und gehen wir mal auf die Schlusskurse, auf den Linien-Chart, dann wäre es sogar fast so, nicht fast, tatsächlich so. Ich mache es mal, das wäre jetzt so nach den Schlusskursen mit einer kleinen, kleinen Ungenauigkeit. Aber das wäre so eine faire Trendlinie, würde ich sagen. Und die ist eh relativ weit innen. Und jetzt sind wir mal so fair und setzen sie noch ein bisschen weiter nach außen. Also das ist wirklich okay. Und da sind wir mehr als deutlich durch. Also das heißt, eigentlich ist die Shortbewegung gerade jetzt Freitag, dann am Nachmittag nochmal, vor allem am Abend eigentlich, weil das war, war das 18 Uhr, mittlereuropäischer Zeit. Also wir sind hier deutlich nach unten gelaufen. Es ist also eigentlich schon wieder im Fortsetzen. Wir haben jetzt auch hier H4 drunter. Eine H4 schon als Fortsetzung. Es ist trotzdem nicht auszuschließen, dass wir vielleicht zu Beginn der neuen Woche nochmal kurz ein bisschen raufschauen, also nach oben schauen. Das heißt vor allem, dass jetzt dieser Bereich hier, ich versuche es mal zu zeichnen hier. Wenn nicht hier, Moment, gib mir eine Sekunde. Ich muss schauen, wo mein Rechte, mein Dreieck ist. Also hier, das war die Linie, gerade jetzt so der Test, machen wir mal von hier nach da nach dort. So in etwa, das wäre so für mich, bleiben wir ruhig im H1, das wäre für mich so ein bisschen diese Zone, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht nochmal reinkommen. Wenn wir da nochmal reinkommen, könnte man vielleicht spekulativ shorten, könnte über die hochsten Stopps setzen, was 30 Bips sind. Und zum Tief sind es schon wieder 45 und dann könnte man auch natürlich in weiterer Folge nochmal versuchen anzuwisieren, die Unterkante. Und die wäre dann von diesem Stand, Maus hängt, ja, 120, 130 weg. Also vom CAV wäre es in Ordnung. Also ein bisschen Dollarstärke, die hier zu sehen ist. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Britisch von USD. Da sieht es ja eben nicht ähnlich, äh, nicht ähnlich, tatsächlich ähnlich aus. Wenn es runterkommt, das wäre auch Deliklos drunter. Wäre schön gewesen, wenn das am Freitag noch passiert wäre, ist halt nicht. Aber wenn wir jetzt hier den Deliklos drunter machen würden, gerade dieser Bereich hier, wo wir da schon eingezeichnet haben, also kommt jetzt hier ein bisschen runter. Wir testen das nochmal, nehmen vielleicht dieses Freitagshoch dann, wenn es jetzt nicht mehr überschritten werden sollte zu Beginn. Also so der Bereich bei E1,30, 130, 05, 06, also knapp über 1,30. Wir könnten fast da noch ein bisschen höher setzen, dass also eigentlich, wenn die 1,30 jetzt auch nur mit berücksichtigen als psychologische Marke, dann ist hier überhaupt, geht leider hier nicht so, wie ich das möchte. Also 130, also wenn wir knapp drüber gehen, möglicherweise kommen wir mit 90, also unter 100 Dips mit dem Stop-Loss aus. Wenn ich mir das Setup aber weiter anschaue, jetzt hier zum letzten Tief, der Berührungspunkt 2 von der Trendlinie horizontal rüber, 1,26, 70. Das wäre, je nachdem wie ich dann reinkomme, dann schon so ungefähr 260 weg. Also nicht ganz 3 zu 1, vielleicht 3 zu 1, wenn ich irgendwie gut reinkomme und gut stoppen kann, aber knapp 3 zu 1 ist für so ein erstes recht realistisches Kurs hier ganz gut. Und selbst das Tief, und da zeige ich auch nochmal, das ist jetzt nicht irgendwie das Multi-Jahres-Tief, sondern ich meine ja mit dem Bereich, den wir hier noch Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres im April hatten, das wären dann vom jetzigen Stand hier bereits über 600 weg. Also ich hätte hier eigentlich ganz gute CAVs und würde aber trotzdem erst nochmal gerne sehen, dass er unter diese Trendlinie kommt, also einen Daily-Close, deutlich unter 29,20, 29,30 macht, um dann einen Einstieg zu kriegen. Auch das wäre wieder Dollarstärke, weil ja wir hier nach unten gehen, in XYZ-USD, also British von USD. Wenn USD vorne steht, muss es natürlich für Dollarstärke nach oben gehen und da will ich jetzt noch was weiteres zeigen, und zwar den US-Dollar-Japanisch-Yen, auch schon im Kalender angesprochen. Eigentlich ein Währungspaar, was jetzt wieder sehr interessant ist, wo ich auch gesagt habe, in den letzten Wochen schon, schön, dass er gestiegen ist, aber er hängt halt bei Widerständen. Ich will mal sehen, dass er drüber kommt. Jetzt ist er es. Ist einerseits jetzt interessant für Einstiege long vielleicht, aber vor allem, es zeigt auch, dass der Dollar auch hier drückt. Es ist nicht in der Dollar alleine. Es ist ja auch der Euro-USD, der Euro natürlich, immer noch ein Mitspieler in diesem Währungspaar. Der Dollar muss nicht stark sein, nur weil Euro-USD fällt, kann ja auch der Euro einfach schwach sein. Aber wir sehen, britisch, fund, USD könnte es ähnlich sein. Fund ist momentan ein bisschen stärker als der Euro, also von allen europäischen Währungen ist definitiv der Euro momentan eher der Verlierer. Fund ist da ein bisschen stabiler, aber trotzdem natürlich, der Dollar ist möglicherweise stärker. Und beim Yen sehe ich auch, auch da gewinnt der Dollar aktuell. Mal kurz rüber geschaut zum Franken, da würde ich jetzt die Woche auch, also sie war grün, das ist nicht gravierend immer noch in diesem Widerstand, für mich nichts zum Traden aktuell, aber trotzdem, er kommt hoch. Wenn ich mir US-Dollar-Card anschaue beispielsweise, auch da eindeutig hoch, auch wenn wir jetzt auf Widerstand sind, aber wenn der bricht, natürlich auch da wird der USD wieder natürlich Vorherrschaft bekommen. Also es sieht eigentlich sehr gut für den US-Dollar aus, so gesehen. Und jetzt zurückgekommen zum Yen. Es war für mich vor allem interessant, einfach nochmal zu überlegen, ob er da drüber geht. Also eigentlich, ja, wir haben ja jetzt immer wieder, das haben wir jetzt schon, ich wiederhole mich ja ungern, aber in diesem Fall müssen wir es. Wir haben ja eigentlich vor allem zwei Dinge erlebt bei den Yen-Bahnen, beim Dollar-Yen jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Das war zum einen, waren es große Aufwärtstrends, die immer wieder sehr gut funktioniert haben. Aber zum anderen waren es auch vor allem sehr scharfe Rücksetzer, die immer wieder schnell zurückgeholt worden sind. Eigentlich waren die besten Einstiege immer die Momente, wo man dachte, oh, jetzt ist der Trend vorbei, so wie da, so wie hier, so wie zum Teil auch hier in diesem Timeframe. Und hier jetzt einer der größten Abwärtsbewegungen. Der einzige Grund, warum ich jetzt hier nicht reingegangen bin und hier mich noch gehütet habe, war halt bei der Widerstände, den wir jetzt vorhin vor uns hatten, das war nicht irgendwie sowas Unwichtiges wie hier oder sowas Unwichtiges wie hier. Nein, das war das Multijahreshoch, das war der Bereich bei 150, das, was ja auch ein Interventionslevel war. Also da gehe ich nicht einfach so long, nur weil er mal darauf zukommt. Das hat für mich ein bisschen mehr Bedeutung. Da will ich erstmal, dass er drüber geht. Zum anderen Trendlinie auch hier, 1, 2, 3, 4, Rückseite runter, eigentlich hier mit dem Bruch, dem Test und neuen Tiefs, eigentlich ein Schwarz-Hinal entstanden, was zurückgeführt wird. Aber wir haben natürlich nochmal eine Rückseite, die wir testen können. Auch die haben wir jetzt überschritten. Zugleich auch die 150, zugleich auch die 151, zugleich auch die 152 und zugleich auch somit dieses Zwischenhoch, was wir im Oktober 2022 vor ziemlich genau zwei Jahren hatten. Und da sind wir jetzt drüber. Und das ist jetzt für mich, würde man vielleicht zum ersten Moment sagen, ja eigentlich fast ein bisschen zu spät. Aber für mich ist es eigentlich jetzt gerade so der Moment, wo ich sage, ja jetzt hat er vielleicht eine Chance. Aber jetzt haben wir halt nur ein Problem, was aber auch eine Chance sein konnte. Das sind eigentlich zwei Probleme, die aber beide eine Chance sein könnten. Das ist einerseits USD, haben wir diese Woche die NFB. Japan, JPY, JPY, japanische Yen, haben wir die Woche eine Notenbankentscheidung. Kann natürlich gegen uns sein, kann aber natürlich vor uns sein, für uns sein. Es ist auch so, dass natürlich eine Korrelation zu den Indizes besteht, die jetzt aktuell nicht so schlecht unterwegs waren, aber zumindest jetzt. Also nicht alle. Gut, beim Dow war es ein bisschen problematisch, aber wirklich so richtig, also Nasdaq fast ein bisschen besser, aber so richtige bullische Signale gibt es hier vielleicht schon, weil es halt irgendwie stark ist. Aber jetzt diese Impulse, die wir jetzt die letzten Tage hatten, waren jetzt nicht die extremst bullischsten. Also das heißt, da könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber trotzdem. Also gerade jetzt auch ein Hinblick auf die US-Wahl. Auch die Yen-Pare, der US-Dollar-Yen, hat natürlich auch bei den US-Wahlen immer wieder große Bewegungen hingezogen. Da nochmal gesagt, wir reden darüber nächste Woche nochmal genau, was konnte diese Woche noch die US-Wahlen ein bisschen außen vor lassen. Es kann schon sein, dass dann in der zweiten Wochenhälfte ein bisschen die Einpreisung dazukommt, aber eben auch noch die NFB natürlich davor ist. Aber rein vom Charttechnischen gesprochen, ohne jetzt mal auf die ganzen Nachrichten zu schauen, die schon waren und die noch kommen werden, wir haben halt charttechnisch das jetzt hier gebrochen. Und das war schon eine wichtige Nummer. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Da schaut mal zurück. Wenn ich hier zurückgehe, jetzt habe ich hier, jetzt geht es hier mit Unterbrechung, glaube ich. Ja genau, wir haben da leider so ein kleines Loch. Nein, da in diesem Chart jetzt nicht gerade. Aber ihr seht, wir gehen hier zurück bis in die 70er. Und wir haben ja immer wieder gesagt, dass wir eigentlich, auch wenn wir in der letzten Zeit, wenn wir jetzt mal so, man schaut ja im Normalfall vielleicht die letzten paar Jahre, in den letzten paar Tagen, im schlimmsten Fall mal vielleicht die letzten paar Jahrzehnte an. Aber wir waren eigentlich immer in dieser Seitwärtsphase drin. Auch wenn da mal Trends ersichtlich waren, auch das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, langfristig gesehen, müsste eigentlich Dollarjent viel höher stehen. Aber es war jetzt einfach seit den 90ern seitwärts. Auf einem recht niedrigen Niveau, könnte man sagen. Und wir sind jetzt ja vor allem mit diesen Brüchen, die wir jetzt hier um die über die 150 gemacht haben und jetzt gerade auch wieder dran sind, sind wir gerade über diese Zwischenhochs raus, die wir hier noch Ende der 90er hatten und sind jetzt auch schon in diesem Bereich gewesen, was wir hier auch Anfang der 90er hatten. Und alles, was darüber geht, also da ist wirklich schon dann, ja, 80s-Feeling dann, wenn wir dann da kommen. Also das heißt, wir kommen wirklich jetzt auch in Zonen, wo wir lange nicht mehr waren. Das heißt einfach auch, vielleicht ist das nicht gewollt. Vielleicht ist das nicht so, dass das jetzt hier das Beste gerade sein mag. Aber es heißt jetzt nicht, dass es unrealistisch wäre, dass wir hier höher kommen. Es ist nicht so, dass wir jetzt keine Luft noch oben hätten. Aus kurzfristiger, mittelfristiger, längerfristiger, auch ultralängerfristiger Sicht, wenn man bis 1991 zurückdenkt, ist es sicher auch natürlich, oder auch bis 1987 zurückdenkt, ist es schon jetzt fast eigentlich längerfristig. Aber trotzdem eigentlich, schadtechnisch gesehen, haben wir Luft. Und wir könnten natürlich höher gehen. Muss nicht sein, dass das passiert. Aber wir sehen einfach, wie wichtig dieses Level gerade ist. Es ist schwer zu sehen, glaube ich, für viele jetzt. Aber ich versuche es nochmal hier zu zeigen. Also hier gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Da sieht man nochmal diese Hochs von Ende der 80er. Hier haben wir 97 herum. Da waren wir gerade an dieser Stelle, wo wir jetzt sind. Dann fahren wir rechts weiter. Haltet doch einfach mal optisch an diesen Bivote Points hier fest, die jetzt erstmal nichts zur Sache haben. Und nachdem wir da wirklich seit Anfang des Jahrtausends eher unten unterwegs waren, hier war jetzt die letzten Jahre wieder so ein bisschen was los an der Stelle. Und da sind wir jetzt. Und das war genau die Stelle, summe bis hier ran, wo wir drüber waren, getestet haben, runtergefallen sind und mit dieser aktuellen Monatskerze, aber auch mit der gerade letztens geschlossenen Wochenkerze wieder zum ersten Mal drüber geschlossen haben. Heißt nicht, dass wir da jetzt gleich in große Trends gehen und Richtung 200 hochfahren. Bitte, das habe ich jetzt hier nicht gesagt. Aber ich will einfach nur darauf hinweisen, wie signifikant historisch gesehen eigentlich dieser Wiki-Close ist. Also das ist nicht irgendwas jetzt. Es ist eine weitere Chance. Was könnte ich jetzt tun? Ich könnte es jetzt mal so ganz trocken betrachten, also als langfristigen Trade, so nach dem Motto, entweder es funktioniert nicht und ich verliere, aber nicht heute, sondern vielleicht irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen, wenn es schief geht und habe dann ein Prozent meines Kontos versenkt, was nicht viel ist, weil 99 Prozent kann ich ja noch behalten, oder es funktioniert und ich habe vielleicht einen Trade, wo ich lange mit Freude habe. Würde ich diese Wochenkerze so nehmen, wie sie ist, dann würde ich sagen, ich gehe unter diesen Support-Banzer, was automatisch auch bedeutet, unterhalb dieser Vorwochenkerze jetzt, aber gar nicht so viel weit drunter und trotzdem sind es immer noch 420 Bips, was viel ist, aber nicht unbedingt aus Sicht des Wochenscharts und nehmen wir es einfach als Wiedereintrittssignal. Habe hier mein Hoch bei, also das erste Kursziel einfach mal beim Hoch, was ja nichts Unrealistisches ist, ist ja nichts das Hoch und dann machen wir es noch ein bisschen realistisch und gehen ein bisschen runter und gehen auf die psychologisch genauen 160. Dann bin ich bei knapp 800, also bin über den Daumen gerechnet mit ein bisschen Großzügigkeit und zwei Äugeln zudrücken bei circa 2 zu 1 Chance Risikoverhältnis. Und dann kann ich das machen und habe dann gleich einen Dollar long, habe gleich vielleicht so eine Reserve für den Fall, dass die Indizes doch stärker werden. Vielleicht schieben auch die Tienbare bei der US-Wahl in die Richtung, also gerade jetzt, wenn ein Donald Trump gewinnen würde, also beim letzten Mal, also das Erste, was ich gemacht habe übrigens, als Donald Trump gewonnen hat, damals noch 2016, das war, ich habe Dollar Yen gekauft, also nachdem er runter ist, weil das war, also Dollar Yen, das war für mich so der Donald Trade damals, also nur für den Fall, dass das eintreten sollte, vielleicht wird es wieder was in diese Richtung und dann hätte man da schon Möglichkeiten und wenn es schief läuft, wir brauchen eh weitere Stops, weil die Volatilität kann natürlich extrem werden. Ich muss gestehen, wenn ich jetzt vergleiche die Wahl 2016 und 2020, ich habe beide getradet und ich mache grundsätzlich bei US-Wahlen immer durch, schaue immer, dass ich über irgendwelche Wege US-Fernsehen schauen kann und schaue dann wirklich auch die ganze Nacht US-Fernsehen und schaue mir die Wahl an, das ist so wie andere halt Champions League schauen, schaue ich einmal in vier Jahren US-Wahl, das ist für mich eher so ein Sportereignis und habe es aber auch immer getradet und egal wie es getradet, habe ich auf jeden Fall immer die Charts beobachtet, das gehört schon ein bisschen auch zum, um das möglichst alles aufzusaugen, halt dazu. Und trotzdem, ich muss sagen, wenn ich vergleiche jetzt, wie das 2016 war und wie das 2020 war, jetzt unabhängig mal vom Wahlausgang, der ja da diesbezüglich anders war, auch während des Ganzen, es war deutlich mehr Volatilität, deutlich mehr Nervosität da, damals 2016 als 2020, dass das der Fall war. Also es war vom Traden her interessant, damals 2016, gerade als es so klar wurde, dass Trump vielleicht gewinnen könnte, gingen ja die Märkte nach unten, die Yen-Paare gingen ja nach unten, aber dann haben sie sich sehr schnell stabilisiert, weil eigentlich ein Trump-Sieg gar nicht mal so schlecht für die Märkte ist eigentlich, also für die Wall Street zumindest und dann hat sich sehr schnell ein Boden gebildet, damals noch in der Nacht, in der Wahlnacht noch und der dann vor allem dann, als der Trump-Sieg eigentlich klar wurde, dann hat sich das noch weiter nach oben abgehoben und dann wurden die, ja dann konnte ich die Stops nachziehen und dann bin ich teilweise in diese Trades noch einige Wochen drin geblieben und da war auch Dollar-Yen wirklich eins der Vorreiter und das hat wirklich Spaß gemacht damals und nur für den Fall, dass das passiert und ich würde vielleicht jetzt hier beispielsweise diesen Einstieg machen, wir würden in dieser Woche ein bisschen höher kommen, ich könnte vielleicht vorsichtig die Stops nachziehen, das mitnehmen in die Wahlnacht dann in den USA und wenn es in die richtige Richtung läuft, ist gut, wenn nicht, ist es wurscht, weil vielleicht muss ich diesmal gar nicht die Wahlnacht traden und kann trotzdem vielleicht Geld verdienen, wenn ich schon vorher auf die richtige Richtung positioniert bin und ein paar Trades einfach gemacht habe, wo die Stops nachgezogen sind. Auf das arbeite ich halt jetzt hin, also ich arbeite jetzt eigentlich die nächste Woche schon so ein bisschen darauf hin einfach und meine Watches, meine Trades, die ich mache, das werden wir dann auch bei Dolce Vita Trading dann nächste Woche auch einen Schwerpunkt haben, werden wir dann unser Konto vorbereiten schon für die nächste Woche, also wir versuchen so viele wie möglich Trades zu installieren, die abgesichert sind, damit dann, wenn nächste Woche dann die US-Wahl kommt, dass ich einfach im Prinzip schlafen gehen könnte in der US-Nacht oder wenn ich schauen will, einfach wirklich schauen kann und am nächsten Morgen aufwache und dann werde ich vielleicht ein paar Trades, äh, nicht aufwache, dann mit dem Konto wieder sozusagen aufwache, mein Trading-Konto wieder aufwacht, wenn ich dann vielleicht nicht trade und dann werden vielleicht ein paar Breakieben rausgeflogen sein oder den nachgezogenen Stopp, aber ein paar Beine durchgezogen haben auf neue Höhen und auf das will ich mich vorbereiten. Also ich werde mein US-Wahl-Trading diesmal nicht in der US-Wahlnacht machen, so wie die letzten Male, weil ich glaube ich auch schon die vierte US-Wahl, die ich trade bald, ja schon lang, definitiv. Also ich habe schon, ich habe schon tatsächlich die Obama-Wahl damals die erste getradet und das heißt, das wäre dann interessant, das diesmal vielleicht auch ein bisschen freihändiger zu machen mit vorausschauenden Trading und den richtigen Trades und das werde ich diesmal versuchen, einfach, weil ich jetzt auch in den letzten vier Jahren seit zum letzten Mal auch mein Trading extrem umgestellt habe, ich gehe jetzt schon langsam auch vom Trading her so in den Stil, dass ich auch Wege suche, wie ich auch traden kann, ohne zu traden, wie ich auch traden kann, so quasi nach dem Ruhestand. Also ich bin jetzt noch zu jung für den Ruhestand, aber ich trade halt auch schon 20 Jahre und natürlich habe ich immer gesagt, wenn ich 40 bin, will ich traden aufhören oder will ich nicht traden aufhören, aber zumindest ein bisschen kürzer treten und jetzt bin ich am letzte Woche 39 geworden. Also das heißt, jetzt muss ich mir eh schon langsam Gedanken machen, also jetzt muss ich mal die Generalprobe machen, kann ich eine US-Wahl profitabel handeln mit einer guten Rendite und das schon in der Woche davor freihändig vorbereiten. Das wird das sein und der Dollar-Yen könnte auf jeden Fall eine Option sein dafür. Da werde ich auf jeden Fall darauf schauen. Ansonsten, wenn man das jetzt mal normal anschaut, also in den kleineren, also es deutet ja vieles auf Bullishness auch ein bisschen hin, weil wir sehen auf der einen Seite, dass wir hier zum Beispiel gestiegen sind, zurück sind, auf die Oberkante von diesem Support-Bereich und leicht wieder steigen. Also es wirkt ja auch so ein bisschen Bullish an dieser Stelle. Die Anna fragt ja, wie viel Volatilität kann man sich in der Wahlnacht erwarten, zum Beispiel Euro, USD. Also ich würde grundsätzlich jedem, der noch nie eine US-Wahl getradet hat, also der in den letzten drei, vier Jahren angefangen hat, ich würde empfehlen, um ehrlich zu sein, nichts zu traden in dieser Nacht, weil es kann oft ganz schwierig werden. Vor allem, wenn der Kandidat oder einer der Kandidaten Donald Trump heißt, dann wird es oft sehr schwierig. Also ich würde eher das beobachten. Ich würde gerade angehenden Tradern oder Leute, die jetzt noch nicht zu weit wissen, also die einen ohne jetzt was hier vorzuwerfen, wenn du die Frage stellst, gehe ich ja davon aus, dass du noch nie eine US-Wahl getradet hast. Ich würde aber solchen Leuten wirklich empfehlen, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr die Gelegenheit habt. Das ist ein ganz interessantes Ereignis, jetzt auch aus Tradersicht, weil da auch vieles von der ganzen Wirtschaft dann diskutiert wird. Das wird ja im Wahlkampf schon diskutiert, aber in dieser Nacht kommt alles zusammen. Und also wenn man wirklich das mal sehen will, wirklich mal die Nacht aufbleiben, wirklich mal CNN schauen und den Laptop daneben stehen haben und die Charts beobachten und das alles mal aufsaugen. Weil man lernt dann nicht nur jetzt sehr viel für die nächste US-Wahl in vier Jahren, sondern man lernt vor allem auch generell sehr viel darüber, wie einfach Märkte auf Nachrichten reagieren. Und dann ist es relativ wurscht, wie viel Volatilität es wichtig ist, dass man halt was sehen kann. Aber es werden sicher auch ein paar Trades möglich sein. Aber es ist tatsächlich möglich, dass hier sehr oft sehr viel passiert, weil gerade wenn ein Ergebnis erstmal zum Beispiel die Amerikaner machen, dass sie wie so ein Sport eignen, sie zählen dann die Stimmen zusammen und dann links unten steht die eine Kandidat, rechts unten der andere und das wird dann so, dann wird die Glocke geläutet, jetzt haben wir wieder ein neues Ergebnis und so weiter. Das ist ja fast wie Super Bowl und da ist es natürlich so, wenn es sich über längere Zeit herauskristallisiert, da könnte irgendein Kandidat eventuell die Nase vorne haben, dann bewegen sich die Märkte natürlich erstmal, stabilisieren sich vielleicht irgendwann mal, wenn dieses Ergebnis einigermaßen klar war. Das war zum Teil auch 2016 so und wenn es sich dann irgendwann herausstellt, Moment, das ist doch ganz anders, und dann wird das immer klarer, dann kommt da diese Überraschungseffekte, dann kann die Volatilität oft mal extrem werden, weil manchmal gewisse Teile des Marktes noch glauben, es ist so wie es ist, andere realisieren es langsam, aber sind sich auch nicht sicher und dann hat es halt oft mal Bewegung geben, 200 Pips hoch, 200 Pips runter, also es ist wirklich gefährlich, das aktiv zu traden, man muss ja wirklich Erfahrung haben, wenn man es noch nie gemacht hat, am besten wäre es zuzuschauen, aber am besten wäre eben auch nicht, also dann auch wirklich zuzuschauen und wirklich auch dabei zu sein und nicht zu sagen, ja gut, jetzt kann ich eh nicht teilnehmen, weil es zu gefährlich ist, also gehe ich schlafen, ruhig mal anschauen, weil das sind Erfahrungen, die man nur alle vier Jahre mal sammeln kann und die für die Trader-Karriere vielleicht auch ganz wichtig sein können. Ja, machen wir weiter gleich direkt jetzt hier, also Dollar, Yen, ich werde erstmal bullisch positioniert bleiben oder mich positionieren, so wie es ist. Soviel mal zum Thema Forex, gehen wir nochmal zurück zu den Indizes, da ist ein bisschen hin und her gerade, weil wir haben einerseits, sind sie immer noch relativ gut unterwegs, wenn man sich die Monatskerzen anschaut, zum Beispiel zum S&P 500, alles sehr gut eigentlich, was aber trotzdem ist, wir hatten letzte Woche den Test gehabt, auch schön von dem, also rein charttechnisch gesehen eigentlich wunderschön, wir sind hier ausgebrochen, haben jetzt ungefähr dieses alte Altshüt hochgetestet, haben hier eine neue Seitwärtsphase gebildet, sind hier am 9. Oktober durchgekommen, haben es getestet, sind weiter auf neue Hochs, also sah ja alles gut aus, dann kam am Mittwoch trotzdem der Einsturz, die aber im Prinzip nur punktgenau das hier getestet haben, das für mich waren die Einstiege der 13er EMA, weil ich habe Triple EMA 1334 gehandelt und dann sah es am Freitag auch wieder danach aus, jetzt wird es auf neue Hochs gehen, aber es kam dann vor allem am Nachmittag wieder hier der Abverkauf, also eher am US-Nachmittag meine ich, also nach 17, 18 Uhr unserer Zeit, es ging nach unten, wir haben es beim S&P, hat es ein bisschen böse ausgesehen, die Wochenkerze blieb grün, beim Nasdaq war sogar die, also die Wochenkerze zwar rot, aber die Tageskerze sogar noch ein bisschen grün und hatte kurzzeitig sogar mal neue Hochs gehabt, hat fast ausgesehen, jetzt würden wir hier auf Allzeithochkurs gehen und dann war aber auf der anderen Seite der Dow Jones, der einfach mal gesagt hat, ich gehe mal runter ein Stückchen und der hat eine Wochenkerze gemacht, die sieht fürchterlich aus, das sieht so aus, also das sieht so aus wie die hier und wie die hier und wie diese hier ausgesehen haben, aber trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, all diese roten Kerzen waren eigentlich nie wirklich ein Grund, den Aufwärtstrend langfristig zu beenden, also vielleicht sogar eher Einstiegschancen wieder, aber trotzdem, man beachte einfach mal, die letzte Woche, es war 1, 2, 3, 4, 5 rote Kerzen hintereinander, ein wunderschöner Abwärtstrend eigentlich im H4, aber nicht das, was ich jetzt kaufen würde, würde ich es jetzt aber shorten, nein, ehrlich gesagt auch nicht, angesichts der Tatsache, wie gut oder wie immer noch wenig schlecht die anderen aussehen, also bei den Indizes, aktuell bin ich eher ein Freund der Tatsache, die langfristigen Trades, die ich habe laufen lassen, Aktieninvestments größtenteils sehen ja auch noch ganz gut aus und ansonsten eher S&P 500, so lange jetzt nicht nennenswert, unter die 5,750 kommt, mache ich mir erst mal jetzt keine großen Sorgen, wenn er es aber tut, vielleicht, aber ansonsten werde ich zugleich auch ein bisschen auf den Dow Jones schauen, jetzt auch, vor allem jetzt wieder in der nächsten Woche, ich zeige noch mal ganz kurz, wenn der jetzt hier fällt, ist ja schön, dass er fällt, aber irgendwann wird er vielleicht irgendwie so im kleineren Timeframe, H1, H4, eine kleine Bodenbildung machen und dann könnte ich vielleicht hier dann auch wieder long gehen, einfach weil das in den letzten Malen auch ganz gut funktioniert, also so wie hier, da ging es auch noch unten, ist ja so ähnlich jetzt wie hier und irgendwann macht er halt wieder so eine Bodenbildung, das kann schon eine Zeit dauern, aber irgendwann macht er es und macht vorher vielleicht noch mal so ein Tief, was wehtut, deswegen gehe ich nicht long jetzt, aber irgendwann macht er dann diesen Neckclimbruf und dann haben wir wunderschöne Einstiege, also auf sowas würde ich jetzt eh erwarten, es ist auch so, dass wir hier natürlich jetzt einige Support bekommen, auch in diesem Bereich, da können natürlich auch eine SKS entstehen, also auch da zeigen wir die vielleicht noch mal, die würde dann circa so aussehen, aber gerade wenn er jetzt hier rankommt, hoch geht und vielleicht wäre am Ende doch schneller als gedacht, wieder über die 42.700 kommen, wer weiß, vielleicht gibt es dann ein schönes Longsinger, ich halte mich da jetzt aber noch zurück, auch deshalb, weil ich weiß, es kommen jetzt einige Daten, auch diese Woche, NFB und so weiter und nächste Woche, es kommen viele Ereignisse, also egal, was die Indizes jetzt machen, die Entscheidungen, was sie endgültig machen, das wird ganz bestimmt jetzt nicht sofort getroffen werden, also wenn am Dienstag jetzt der Dow Jones irgendwas macht, das ist wurscht, was der am Dienstag macht, im M15, wenn er im M15 irgendwo bald bricht, zu sagen, ach, jetzt muss ich da traden, weil der Dow Jones bricht gerade, der Dow Jones, was der Dow Jones macht, das wird sich nicht am Dienstag entscheiden, das wird sich nicht am Mittwoch entscheiden, das wird sich vielleicht am Freitag entscheiden, aber möglicherweise überhaupt erst nächste Woche und vielleicht nicht mal dann, also auf jeden Fall, ich bleibe jetzt in den Timeframes H4, D1, W1 aufwärts, was der in den kleineren Timeframes macht, das ist mir zu unbedeutend, zumindest zu unbedeutend, um mir ein Geld damit zu riskieren, weil ich mir einfach denke, warum soll ich jetzt hier Geld riskieren, am Ende mache ich nur eine Menge Trades, verliere was, dann mache ich wieder ein paar andere Trades, gewinne was, unterm Strich habe ich einen Haufen Trades gemacht, aber bin deswegen weder reicher noch ärmer geworden, eher ärmer dann, ärmer an Zeit und an Freizeit sowieso, also da waase ich lieber auf die richtigen Trades und die sind bei den Indies zum Teil einfach noch nicht da, auch wenn ich immer noch meinen Triple EMA S&B halte mit dem Stopp unter dem 34er, wenn der ausstoppt, ist einer verloren, aber eben nur einer, und jetzt habe ich zumindest noch was in der Hinterhand. Dann gehen wir weiter zum Gold und Gold ist weiterhin der große, große, große Läufer, wir haben in der letzten Woche wieder eine grüne Kerze gehabt, die Monatskerze wird offensichtlich wieder eine sehr grüne werden, wir nehmen langsam, aber sicher tatsächlich Kurs auf die 3000, es ist ja echt kaum zu glauben, aber es ist so und es läuft auch weiterhin so, dass wir zwar jetzt am Mittwoch einen kleinen Rücksetzer gehabt haben, der uns auch wieder so im Tagesschart ein bisschen zurückgebracht hat, fast zum 10er, also ich denke eh Einstiege, also was ich momentan verfolge, ich warte auf jeden Fall auf den Einstieg auf den 20er, 20,34, 20,34, waren hier die besten Einstiege, jetzt sind wir noch nicht am 20er gewesen, am Freitag sah es zeitenweise noch so aus, ach, perfekte Entscheidung gewesen, weil er kommt eh noch mal runter, jetzt ist aber doch die letzten Stunden am Freitag wieder hoch und jetzt bin ich erstmal hier ein bisschen Vorsicht, also ich bin da schon rausgegangen aus Trades, auch bei den Kurszielen in den DBs auch oder in hohe nachgezogene Stops, ich suche gerade nach Wiedereinstiegen, aber meinen Wiedereinstieg werde ich auf jeden Fall erst machen, wenn er wieder zum 20er-Delhi zurückkommt, selbst wenn das noch ein paar Tage dauert. Warum? Ganz einfach, weil er war hier am 20er, dann ging er hoch, dann kam er hier zurück, das war ein anderer Einstieg, aber wenn wir jetzt mal nach dem gehen, er kam zurück, er kam nach oben, man dachte vielleicht hier, man hat es schon versäumt, es ging zurück, war zeitenweise Intraday dann wieder ein bisschen grün hier diese Tageskerzen, man dachte wieder, man hat es versäumt, aber zwei Tage später, bumm, hat er einen 20er. Also ich kann mir auch hier vorstellen, dass wir jetzt hier ein bisschen rumeiern, dass wir vielleicht aber auch die Monatskerze einfach so abschließen, wie sie abgeschlossen wird, vielleicht sogar ein bisschen höher, aber es irgendwann noch mal zu so einem kleinen Rücksetzer kommt und einen mittelgroßen, also sowas wie es hier war, sowas wie es hier war, sowas wie es hier war und dass wir dann einfach noch mal den 20er kriegen, der wird eh jeden Tag ein bisschen höher, also ich werde weiterhin meinen Beile mit auf den 20er setzen, stoppe ihn dann 34er und geduldig sein, weil das habe ich jetzt die letzten Monate im Gold immer so gemacht, ich habe relativ wenige Trades im Gold gemacht und bekommen auch, weil viele sind mir davon gelaufen, aber die meisten, die ich bekommen habe, die waren am Ende ganz gute Gewinn-Trades und am Ende ist ja wurscht, ob ich jetzt drei Trades mache und zwei davon sind gut und die sind wirklich gut oder ich mache 30 Trades und 20 davon sind gut und die sind vielleicht nur halb so gut, weil es halt aufgrund der höheren Quantität die Qualität nachlässt, also unterm Strich habe ich deswegen nicht weniger, eher mehr und deswegen werde ich das hier weiter verfolgen. Beim Öl bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, nachdem wir jetzt hier keine klare Richtung mehr haben, also es sah ja gut aus mit dem Support hier unten, ich habe meine langfristigen Trades nach wie vor hier unten gemacht, die bleiben eh drin, da spielt es wenig Rolle, was der im Tageschart, im H4-Chart, im H1-Chart macht, aber da ist immer noch Wochenchart, Monatschart interessant, soweit in Ordnung. Monatschart gesehen, so wie es aussieht, trotzdem Stabilisierung auf dem Support, also für die langfristigen Trades eigentlich nicht schlecht. Beim Wochenchart gesehen sieht man immer noch eine Art von Stabilisierung, wir haben es gedestet und laufen jetzt halt zeitwärts, aber mit einem gewissen Sicherheitsabstand, aber gerade für die kurzfristigeren Timeframes schwieriger geworden, die ganze Geschichte. Erstmal diese Trendlinie nach unten sah schön aus, sie ist gebrochen, sie hat neue Hochs gemacht, er hat den Widerstand hier erreicht und ein bisschen zurückgekommen, was auch okay ist, weil er soll ja auch Widerstand machen, aber dann kam er zurück, ging wieder hoch, kam jetzt nochmal zurück, die Rückseite der Trendlinie, will jetzt aber nicht zurecht und hängt sich wieder am 50er auf. Also eins kann man auf jeden Fall sagen, er hält sich charttechnisch sehr gut an die Levels, aber halt irgendwie an alle. Also ich weiß nicht, welches jetzt hier der signifikanteste sein sollte, deswegen für mich jetzt erstmal, wenn es ums Longgehen geht, vielleicht nochmal versuchen, hier unten, wenn er hier runterkommt, gerade wenn Trendlinie und Supportbacken sich irgendwie nochmal treffen sollten, vielleicht gibt es da nochmal ein paar spekulativere Einstiegsmöglichkeiten im langfristigen Sinne, vielleicht sogar auch im ungehebelten Bereich, aber ansonsten fürs Momentum Trading, fürs kurzfristigere Trading auch, da bräuchte ich auf jeden Fall, dass dieses bestätigte Widerstandsbereichchen hier bei ungefähr 77,15, dass das nochmal gebrochen wird und davon sind wir halt aktuell noch ein bisschen entfernt und das macht die Sache natürlich etwas komplizierter. Bleiben noch die Kryptowährungen übrig, die auch, finde ich, eine schöne Vorstellung geliefert haben, zwar keine Vorstellung in Sachen Performance jetzt in der letzten Woche, aber eine schöne Vorstellung ja im Sinne von charttechnischer Zuverlässigkeit und auch vielleicht von ja marktpsychologischer Einschätzung. Was war geschehen? Also erstmal, es hat sich ja nicht viel verändert seit dem letzten Mal, wo wir gesprochen haben, weil wir ja immer nur eine Woche dazwischen haben und meistens hier im Wochenchart sprechen, was das betrifft, zunächst zum Anfang, aber wir wissen ja, wie es war, wir sind vor ziemlich genau einem Jahr, das war auch meine Geburtstagswoche, damals sind wir durchgekommen durch diese Bodenbildung und seitdem hat es gestartet. Wenn man jetzt ein Jahr zurückblickt und sich auch überlegt, dass ich damals mir noch gedacht habe, ach, welch schönes Geburtstagsgeschenk, ich kaufe mir jetzt ein bisschen Bitcoin. Ja, die Trades waren ein paar Wochen später, waren die ein mehr als das Doppelte werden, das war natürlich toll, aber auch aus jetziger Sicht, wenn ich die noch hätte, ich habe die meisten, die ich an dem Tag damals aufgemacht habe, bei 69 im DB gehabt, aber wenn man jetzt die noch hätte, wären wir immer auch ganz gut dabei, nur dass man halt seit Februar nicht mehr wirklich, eigentlich nur Gebühren gezahlt hätte, seit März ungefähr, also das hätte jetzt nicht viel geholfen, aber so rein von der Bewegung, alles was hier passiert ist, langfristig gesehen ja nicht schlecht. Trotzdem, wir müssen halt aus dieser Korrekturphase raus und da hat sich jetzt doch die letzte Zeit doch sehr zuverlässig, wie wir das hier machen können, haben wir eigentlich diese, das war das Allzeitdruck, das aktuelle, diese Linie heruntergezeichnet, einmal, zweimal, hier sind wir nicht knapp dran, also nicht ganz dran gekommen, aber hier gab es tatsächlich den dritten Test und das finde ich ja schon mal am interessantesten und am wichtigsten, dass wir das hatten, weil es ist jetzt gar nicht so wichtig, dass er gleich durchgeht, aber entscheidend war, als er jetzt hier unten war zuletzt und hier hoch ist und doch nochmal weggeschmiert ist und man sich dachte, ach, war schon wieder, ist schon wieder nichts, hat er es doch schnell wieder geholt und er hat dann auch sehr schnell diesen Widerstand geholt und dass er davon abprallt, ist auch in Ordnung, eben, weil das ist jetzt erst der dritte Berührungspunkt, aber was vor allem jetzt interessant ist, er ist jetzt nicht komplett weggefallen wieder, sondern richtig abgeprallt, sondern er blieb erstmal auf ganz gutem Niveau stehen und jetzt gehen wir mal auf den H4-Chart und jetzt sehen wir dieses Hoch hier, was zugleich zum Support hier wurde, allerdings schon einen Fehlausbruch nach unten hatte, denn noch genauer genommen könnte man jetzt ja sagen, das ist eine Schulter, Kopf, ja, Schulter, Kopf, Schulter, vielleicht nochmal eine Schulter, wie auch immer Formation, aber da ging es schon mal schief, das war schon mal hier so ein Fehlausbruch und ein Fehlausbruch könnte ja eigentlich schon wieder ein bullischer Signal werden und deswegen ging es auch sehr schnell wieder zu den Widerständen, wir sind dann aber doch wieder zurückgefallen am Freitag, haben jetzt am Wochenende erstmal diesen Support halten können und deswegen, weil es jetzt doch zweimal getestet worden ist, ihr müsst es fast ein bisschen breiter noch sehen, gerade wenn Bitcoin jetzt wieder so unter die 65, 200 kommt, könnte es eventuell schwierig werden, dann könnte es auch wirklich sein, dass wir endgültig von diesem Bereich hier, ich zeige es nochmal im Wochenschaften hier oben abgeprallt sind, wieder zurückkommen, vielleicht erneut hier unten irgendwo Support finden und dann wieder den Aufwärtsschub versuchen und irgendwann dann später brechen, aber gerade wenn man auch berücksichtigt, wie er jetzt hier auf Zug ist und wie lange er eigentlich jetzt hier schon hier oben rumhängt und auch diesen Rücksetzer eigentlich überlebt hat, hat man doch ein bisschen das Gefühl, so rein von der Beobachtung her, dass das hier viel Bullischness und Kaufinteresse immer noch vorhanden ist, allein schon deshalb, weil er immer wieder hier unten an diesen Stellen ja eindeutig gekauft worden ist, also gerade jetzt für die, was unten long gegangen sind, gibt es noch keinen Grund, jetzt erstmal rauszugehen, Teilschließungen hat man vielleicht eh schon gemacht, Stopps kann man vielleicht vorsichtig nachziehen unter dieses Level hier, aber ansonsten, wenn es jetzt wirklich ausbricht, ist man eh dabei. Für diejenigen, die jetzt nicht long sind, erneut, wenn ihr nicht drin seid, wenn es runterkommt, weil es hier scheitert, kriegt ihr eh bessere Einstiege, erstmal keine Diskussion und keinen Handlungsbedarf, geht es jetzt aber hier drüber, haben wir einerseits die Möglichkeit natürlich auch im Tageschart-Bereich vielleicht so einen Deli-Klos über 69.000 oder 70.000 bereits vorsichtig zu handeln mit Allzeitho als Kursziel, knappen Stopp oder überhaupt erst zu warten, dass die Allzeithoes brechen und dann in den kleineren Time-Films zu machen. Da hat sich nichts geändert, aber ich halte auf jeden Fall die immer wieder angesprochene langfristigen Long, den ich von weiter unten habe, den wir damals auch angesagt haben, als er passiert ist. Also den halte ich auf jeden Fall weiter, ist weiterhin so eine Zitter bei dir, aber es ist ja auch okay, Teilschließung wurde gemacht, Stopp wurde nachgezogen, wenn es jetzt steigt, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Das ist ja genau dieses vorausschauende Trading, über das ich schon vorhin gesprochen habe. Und jetzt sind wir durch für heute Abend bereits, ich bedanke mich erstmal, aber wichtig jetzt nochmal ganz kurz, nächste Woche gibt es uns dann hier nämlich wieder mit dann der Trading am Sonntag und dann wird es mir auch nochmal ganz wichtig werden, aber dann eben nochmal die US-Wahl anschauen. Ich werde vielleicht schauen, dass ich da vielleicht sogar auf der PowerPoint-Folie ein paar Sachen noch vorbereiten werde, dass wir uns da noch ein paar so Background-Infos anschauen. Aber ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dann die übernächste Woche auf jeden Fall auch als ein bisschen als Lehrbeispiel zu nehmen, für diejenigen, die vielleicht ein bisschen gerade News-Trading bei solchen Sachen gern machen, ist das nicht eine tolle Sache, aber gerade diejenigen, die vielleicht mal ein bisschen was über das News-Trading und über die Auswirkungen von Nachrichten auf dem Jagd lernen wollen, ist das auch eine ganz gute Option, auch einfach mal was zu beobachten. Und das werden wir nächste Woche hier ein bisschen reinnehmen, weil ich versuche ja auch bei den Webinaren immer auch ein bisschen die Lektion ins Aktuelle zu integrieren. Und wenn es darum geht, über eine US-Wahl zu sprechen, das können wir ja nur alle vier Jahre machen. Wer weiß, vielleicht mache ich in vier Jahren gar nicht mehr Webinare, weiß man ja nicht. Also von dem her machen wir nächstes Mal wieder so ein klein wenig US-Wahlschulung, so wie alle vier Jahre der letzten 18. Und da freue ich mich darauf und wünsche euch jetzt erst mal einen schönen guten Abend, ein schönes restliches Wochenende und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal.